Hallo, gut ab. Dankeschön. So, ähm, jetzt kommen wir zu unserem vordersten Stück. Das ist etwas langsamer. Wir haben da extra die Weihnachtsversion draus gemacht. Oder? Nee, achso. Ich dachte, ich bin im Akkordeon jetzt. Wir dachten, so extra im Kira, da wollen wir auch nicht nur so irgendwie Harifari oder so, soweit wir Zalampo machen, ne? Ja. Gut. Wie siehst du wieder aus? Das passiert, das Gesicht. Es ist traurig zu sehen, dass es mit dir zu Ende geht. Könntest du mir sagen, was du willst? Könntest du mir sagen, was du brauchst? Ich seh dich anders, als du denkst. Ich fühle anders, als ich schreibe. Da oben wünsch ich mir. Da oben wünsch ich mir. Du fühlst jetzt für mich. Ach, du fühlst jetzt für mich. Du fühlst jetzt für mich. Du fühlst jetzt für mich. Ich fühlst jetzt für mich. Ich fühlst jetzt für mich. Du fühlst jetzt für mich. Ich fühlst jetzt für mich. Dann befieh' ich mir. Unterjetst du mich? Dann unterjetst du mich? Unterjetst du mich? Unterjetst du mich? Ich fühle dein Schmerz. Ander hältst du dich? Ander soll zerschein' Unterjetst du mich? Unterjetst du mich? Für mein Gott. Ich fühle dein Schmerz. Es ist die Angst, die dich quält. Es ist die Angst, die dich quält. Du beschärfst mir Schmerz. So wünsch' ich mir. So wünsch' ich mir. Du fühlst jetzt für mich. Ach, du fühlst jetzt für mich. Du fühlst jetzt für mich. Du fühlst jetzt für mich. Und ich fühlst jetzt für mich. Ich fühle dein Schmerz. Anders als du denkst. Anders als es scheint. Du fühlst jetzt für mich. Du fühlst jetzt. Du fühlst jetzt. Du fühlst jetzt. Du für jetzt, für mich Ich fühle deinen Schmerz Anders als du denkst Anders als du scheinst Du für jetzt, für mich Du für jetzt Für mich Für mich Für mich